Gib mir nen Scheißkuchen! Das sind die Credits! Ernsthaft? Starting Mystery Excel, please enter the password. Lol. Geht nicht. What the fuck? Oh nein! Ich soll ein Passwort reinschreiben. Ähm. The cake is a pie. Okay. Incorrect Passwort. Äh. Hehehe. Wo und wie komm ich an ein Passwort? Ich hab eins der Triforces gefunden. Also ein Dreieck davon. Äh. Okay. Und davon kann ich hier auch nicht. Naja. Ein verkacktes Passwort. Tipittel. Auch falsch. Steht hier hinter irgendwo was? Nein. Nicht. Nada niente. Ähm. Turtle. Auch nicht. Äh. Wie hieß... How Rances? Nein. Das war ja das Easter Egg, was wir gefunden haben. Ooooooh. Ooooooh. Passwort. Mystery Excel. Mystery. Hat das irgendwas mit der Kampagne zu tun, was wir noch nicht gefunden haben? Aaaaaah. Mein Kopf tut weh. Mein Kopf tut weh. Oh. Oh. Wie Herbert Grönemeyer. Suchen wir nach einem Passwort. Der Mensch als Mensch. Mein Mensch. Aaaaaah. Incorrect. Passwort. Ich geh mal eben in mein Tagebuch reinschauen ob ich da was finde. Hier ist nicht das nicht. Was? Alter. Um hier weiter zu kommen brauche ich jetzt so ein verkacktes Passwort. Portal. Auch nicht. Ball. Nein. Was würde mir alles einfallen? Fledders. Genau. Fledders. Puzzle. Knecht. Arsch. Das muss ja schon ein englisches Wort sein, ne? Incorrect. Passwort. Wird ich daraus irgendwie schlau? Das sind eigentlich nur irgendwelche Sachen aneinandergereiht, aber ich finde darin auch keine Art von Code. Oder soll das der Code sein? Ähm. Ähm. Hm. Indiana Jones. Auch nicht. Ufo. Schade. Puzzle. Ähm. Ablage. Hm. Ist doch die amerikanische Tastatur. Caps Lock. Es ist eigentlich, wenn ich einfach Enter mache? Nein, auch nicht. Hier drauf? Nee, ne? Wenn ich da erst Skull? Nein, auch nicht. Alien. Ich glaube, das wird nichts. Ich werde daher hier mal einen minimal mega kurzen Cut machen. Und mich selbst spoilern, weil ich habe keine Ahnung, was das für ein Passwort sein soll. Eventuell werde ich mir sogar vom Kopf packen, wenn ich das Passwort dann erfahre. Okay, dann bis gleich. Ihr werdet mich wahrscheinlich sofort wiedersehen. Hallo liebe Leute. Und auch wenn ihr meine Stimme hört, seht ihr jetzt ein Video, welches nicht von mir selber ist. Ihr habt bis gerade, und seht es ja jetzt immer noch, mein Let's Survival von der Map Portal gesehen. Und ihr habt gesehen, dass ich das bis zum Ende gespielt habe. Wusste das Passwort nicht, deshalb habe ich mich im Internet kurz schlau gemacht. Und dort ist mir etwas aufgefallen. Das Passwort heißt Flood, auf Englisch F-L-O-O-D. Und als ich dieses Passwort eingegeben habe, ist bei mir das LP zusammengestürzt und dementsprechend auch das Spiel, beziehungsweise eher andersrum. Aber das ist jetzt auch egal, macht keinen Unterschied. Und da habe ich mich dann noch ein bisschen weiter schlau gemacht. An sich sollte The Ball auch eine Verbindung zu Steam aufbauen. Das ist bei mir nicht geschehen. Und Steam soll dann auch eine entsprechende Internetseite aufrufen. Das habe ich mir bereits angeschaut. Und was passiert, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. French Sumatra was a catalyst of the Philippine insurrection.